Ich wollte eigentlich nur diesen Vertrag haben. Ich habe jetzt alles erreicht. Der Verein war so blauäugig, so lange das zu machen. Ich setze mich jetzt oben in mein Büro und ziehe mir einen Kaffee und gucke auf die tolle Anlage hier. Der Verein war so blauäugig, so lange das zu machen.